Herzlich willkommen bei Schneidewind. Bei Schneidewind werden drei Geschäftsbereiche unter einem Dach vereint, um Ihnen einen Immobilien-Rundum-Service bieten zu können. Mit Schneidewind Immobilienträume unterstützen unsere Makler Sie bei Vermietung und Verkauf von Objekten sowie allem, was dazugehört. Im Rahmen der Affinus Finanzberatung organisieren wir die günstigste Finanzierung für Ihren Immobilienkauf und finden immer den besten Tarif für Sie. Mit unserem fachgerechten Handwerker-Service wird unser Leistungsangebot perfekt abgerundet. Das eingespielte Team rund um unseren Geschäftsführer Herrn Schneidewind arbeitet zuverlässig zusammen, um Ihre Wohnträume in Erfüllung gehen zu lassen. Seit über zehn Jahren begeistern wir unsere Kunden mit unserem Erfahrungsschatz, aber auch mit Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz. Wir freuen uns, auch Sie überzeugen zu dürfen.